Beide Trainer hier Hannes Bongartz und Klaus Schlappner. Ich kommentiere immer noch ohne Ton, das macht nicht besonders viel Spaß. Aber wir versuchen es halt so. Das Spiel in den ersten 20 Minuten ohne Höhepunkte, abgesehen von einigen Fouls. Hier Wolf an Bührer. Gelbe Karte für den Lauterwahl. Eine Minute später, dann die Revanche. Bührer, Paul Wolf. Auch hier gelbe Karte durch den souveränen Upperteißen Joachim Kautschor auf Eschweiler. Fast eine halbe Stunde gespielt, Freistoß für den SV Waldhof. Heck und Rombach immer noch verletzt. Die Mannschaft unverändert gegenüber dem 0 zu 0 von Frankfurt. Der Gegenangriff über Wolf. Thomas Alofs. Da läuft Alfred schön davon. Wieder Wolf. Thomas Alofs. Schöne Flanke. Ein wunderbarer Abschluss von Dieter Trunk. 1 zu 0 für die spielerisch besseren Lauterer nach 27 Minuten. Die Zeitlupen-Wiederholung. Dieter Trunk in der Mitte. Sträflich frei. Kohler war nicht in seiner Nähe. Und Kovac Zimmermann hatte natürlich keine Abwehrmöglichkeit. 60 Sekunden später, Freistoß für Waldhof. Der Spezialist heißt Günter Sebert. 37 Jahre alt. Er machte heute sein 600. Punktspiel für den SV Waldhof. Er wurde dafür vor dem Spiel geehrt. Die hervorragende Parade von Ehemann haben Sie gesehen. Aber weil es so schön war, noch einmal in der Zeitlupe. Günter Sebert seit 29 Jahren im SV Waldhof Mannheim. Er ist 37 Jahre alt. Also von seinem achten Lebensjahr an gehört er zu diesem Verein. Waldhof nun Ende der ersten Halbzeit stärker. Schlindwein, Rehmark und Dusel. Das waren allerdings dann schon die wenigen Höhepunkte. 0 zu 1. Völlig verdient für die Lauterer zur Pause. Das Wetter wurde immer ungemütlicher. Und auf dem Rasen ging es auch nicht allzu temperamentvoll zu. 50. Minute. Konter. Und wieder Dieter Trunk. Allein vor Zimmermann. Das hätte die Vorentscheidung bedeuten. Dann dieses Wetter. 33.000. 30.000 davon im Freien. Es gibt hier nur wenige überdachte Plätze. Sie hielten aus. Geier. Und der Gegenantritt. Klotz. Beim SV Waldhof fehlte über weite Strecken die Bindung. Im Mittelfeld konnte keiner das Spiel an sich reißen. Drehmark. Und auch dieser Ball ist für den schnellen Karl-Heinz Bührer zu steigen. Schlappi hatte heute viel zu sagen. Freude stand ihm selten im Gesicht. Dann musste Andreas Brehme, der ja schon leicht verletzt ins Spiel ging, ausgewechselt werden. Für ihn kam Löchelt. Und bei Waldhof kam Fritz Walter für Bührer. Dritte Ecke Waldhof. Bührer. Fritz Walter kam für Rehmark. Und das ist Sebert wieder. Fritz Walter. Ein eminent gefährlicher Mann, der sich lange mit Verletzungen herumschlagen musste. Heute aber seine Gefährlichkeit wieder aufblitzen lässt. Und er mal ein sicherer Rückhalt beim 1. FC Kaiserslautern. Wir sind immer noch in der 67. Minute. Kopfball schön. Jürgen Kohler drückt den Ball über die Linie. 1 zu 1. Der Ausgleich im Südweststadion. Torschütze der 19-jährige Jürgen Kohler, der in dieser Woche zum kommenden DFB-Lehrgang eingeladen wurde. Hier kommt er zuerst mit dem Innenriss an den Ball. 1 zu 1 nach 67 Minuten. Wer jetzt geglaubt hatte, der SV Waldhof würde sich steigern können, würde mehr Gefahr vor dem Lauterad-Tor erzeugen können, der sah sich getäuscht. Dieser weite Abschlag von Torwart zu Torwart, symptomatisch für das Spiel. Dann die 90. Minute. Letzter Eckstoß für Waldhof. Schlindwein. Fritz Walter schießt den eigenen Mann an, nämlich Rainer Scholz, der heute Geburtstag hat. Vielleicht wäre es sonst das 2 zu 1, das allerdings nicht verdient gewesen wäre. Gewesen. Fazit. Es endete mit einem leistungsgerechten 1 zu 1 dieses Südwestderby. Lautern spielerisch über weite Strecken gefälliger. Waldhof überraschend oft ohne Bindung. Über die Kurfallsvorherrschaft konnte nicht entschieden werden. Müsste ich nach den gezeigten Leistungen wählen. Ich würde das alte Volkslied der Jäger aus Kurfalz vorziehen.